Sieh dir nen Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Habt ihr wieder trainiert, oder was? Geht doch nichts anderes. Ja, super. Okay, können wir ein Foto machen kurz? Nein, ich baue mich an. Okay, nächstes Mal gleich. Oh, yeah. Auf jeden Fall. Du sagst du keepest Hip-Hop proud. Auf die Haltung von deiner Definition von Hip-Hop nicht so viel. Darum hauen wir auf die Stufen-Druck mit Volksmine. Dein Blut ist oft noch heute auf deine Date-Stallung von Blumentopf und Freundeskreis. Hey, bin ich grad beim Backflash? Schwammst du mit deinen Kumpels mal vom letzten Splash? Geht's vertautscht. Wenn drauf und vor für die Guns. Ich komm noch 50 LSD. LSD. Sau von dem Hippie-Pound. Die draußen in der City nachts am Zittern sind beim Sprengen. Wenn dich gleich als Arme können kaum die Graffiti-Dose nehmen. Und wenn die Cops kommen mit blauen Lichtern und Zirenen sind sie gefickt. Denn sie können mit den Backies nicht mal richtig stehen. Landen mit der Gitter schweben. Mit Zellen genossen. Dann sind relativ schnell die Knochen nach Marschellen gebrochen. Wenn sie nicht dick saugen wie Lolo Ferrari. Dicksaugengeschäftigt wie Make-A-Wartes von Oliver Hardy. Unsere vier Elemente. Ist ein Screen-Gamer und Table-Breakdown-Drap-Shit. Unsere vier Elemente. Es sind Geld. Dirk-Gamer und Mac-Fit. Deine vier Elemente. Sind für uns mal lächerlich. Und alles nach nem Messer. Stich. G Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.